Was kann nach so nem Traummann noch kommen? Drei Traummänner. Hier sind noch mal die drei Norweger, die mit 15 noch viel heißer aussehen als mit 20. Ich freu mich! Welcome! Aha! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020